Jetzt zu den Regionalnachrichten. In Murk ist angeblich ein Kornkreis entdeckt worden. Ich bin jetzt am Telefon mit Hans-Peter Hauser. Wie sieht eigentlich der Kornkreis aus? Huregeil! Der ist doch nicht echt. Nein. Das Teil hier ist echt. 100 pro. Da kann man etwas machen. Denk doch drüber nach. Wir haben einen Kornkreis. Was? Und wieso weiss ich das nicht als Gemeinspräsident? Sie haben mich auch nicht gefragt. Eine Beschädigung? Für was bitte? Für den Landwirtschaftler geschadet durch den Kornkreis. Adi, Herr Kreiber! Geh fort! C'est quoi's go, boy? Fahrlehr von Murk! Wo einer der Kornkreis herkommt? Ausserirdische Geister? Whatever. Smells like Olbra. E-Trik Kornkreis? Zehnsturz. Kornkreis Bier? Fünfsteig. Pürater im Kornkreis. Buffetpfarrer Blumen. Alles inklusive zweieinhalb Tausend. Hey! Weisst du was ich meine? « Anderson мне Dieme. Ichरtefta». copper ist die Einwander vor dem Lenkkreis.